Hey, krasser Strand. Ich fand Sonnenuntergänge immer total scheiße, aber... Umso besser, ich auch. Also... Moment, vielleicht könntest du mich erstmal ein bisschen in Stimmung... Wieso in Stimmung? Du musst sie einfach nur da hinstellen und den Mund halten. Ich hab mir das immer etwas interaktiver vorgestellt. Und auch eher im Liegen. Weißt du, im Stehen hat bestimmt auch seinen Reiz, aber... Man fängt doch nicht im Stehen an, oder? Ich komm mir vor wie eine Abi-Prüfung. Wovon redest du eigentlich? Ich dachte, du wolltest mir was zeigen. Wenn ich Ficken meine, dann mag ich auch Ficken.